Hey Leute, hier ist der Marc und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es rund um die Booster im Spiel. Dort versuche ich euch ein bisschen mal zu erzählen, wie man diese bekommen kann, wie man sie einsetzt, wie sie funktionieren und das halt quasi so effektiv wie möglich, je nach eigener Spielweise. Und der eine oder andere, es kamen wirklich viele Fragen auf in letzter Zeit, deswegen mache ich auch für euch dieses Video, weil viele halt nicht ganz sicher sind, wie man die Booster am besten einsetzen kann und zusätzlich werde ich das auch etwas ausweiten und euch ein paar Beispiele geben und ich versuche einfach euch das Thema Booster ganz klar zu machen, eindeutig und gerade auch für die Free-XP-Schiffe, die jetzt ja quasi neu im Spiel sind, mit der Alabama zum Beispiel, euch vielleicht zu zeigen, wie ihr sozusagen die Booster effektiv nutzen könnt. Wir fangen auf jeden Fall mal direkt bei der Beschaffung an der Booster. Dort sind wir jetzt hier gerade auch schon, wie im Bild zu sehen, im Store. Ihr könnt euch natürlich die Booster für Dublonen quasi kaufen, für alle, die quasi schon mal ein paar Pakete gekauft haben, gerade auch jetzt hier bei den Schiffen. Dort sind halt auch immer ein paar Booster dabei, ganz rechts, wenn wir das hier so angucken. Also mit Dublonen quasi mit Echtgeld kaufen, das ist halt die erste Möglichkeit. Aber es gibt auf jeden Fall auch einige kostenlose Sachen. Und zwar, wenn wir jetzt hier mal kurz reingucken in den Feldzug zum Beispiel, es werden immer regelmäßig Feldzüge kommen. Vielleicht ist jetzt ein anderer Feldzug, wenn ihr dieses Video guckt. Aber in der Regel gibt es ja bei den Feldzügen einmal einen Gratisweg und einen, den man sich quasi für ein paar Dublonen erkaufen muss. Und ihr seht schon, da gibt es halt auch sehr, sehr viele Booster. Sowohl oben ist jetzt hier quasi der gekaufte Weg, aber selbst, wenn ihr quasi kein Geld dafür ausgebt, also quasi umsonst und euch den Fortschritt erspielt, gibt es hier auf jeden Fall auch teilweise Booster zu erspielen. So könnt ihr auf jeden Fall auch ohne Geld auszugeben an Booster rankommen. Zusätzlich gibt es natürlich auch noch die ganzen Aufgaben, die täglichen Aufgaben zum Beispiel. Hier gibt es dann auch zum Beispiel Booster zu erspielen. Also es gibt halt wirklich einige Feldzüge, Quest und Missionen. Quest ist nochmal so eine Angewohnheit, heißt natürlich Missionen, wo ihr quasi das Ganze erspielen könnt. Und was viele vielleicht noch gar nicht wissen, ihr könnt auch Booster erspielen, indem ihr erfolgreiche Sachen in einer Runde sozusagen schafft. Und da blende ich euch jetzt mal kurz ein Bild ein. Und zwar sehen wir hier einmal die Übersicht beim Bild. Wenn ihr quasi bestimmte Medaillen verdient, dann bekommt ihr Booster als Belohnung. Viele wussten das nicht, das war halt mal bei einem Patch quasi mit drin. Seitdem ist das so. Und ihr seht schon, wenn ihr zum Beispiel eine Krake oben macht, dann gibt es 10 Schiffs-EP-Booster und so weiter und so fort. Seht ihr ja quasi an den Abzeichen. Und ja, ich sag mal, die Gefechts-Booster sind am leichtesten zu verdienen und vielleicht die globalen EP am schwierigsten. Einzelkämpfer ist ja doch nicht ohne, sag ich mal. Aber ja, auf jeden Fall schon einige Möglichkeiten, hier wirklich kostenlos an die Booster ranzukommen. Und wirklich, wenn ihr regelmäßig spielt und vielleicht auch regelmäßig halt gut Auszeichnungen sammelt täglich, dann braucht ihr euch halt fast gar keine Booster kaufen, weil ihr euch einfach diese erspielen könnt. Als Win-Hinweis steht ja nochmal unter, diese Belohnungen können halt nur einmal täglich quasi erspielt werden. Also wenn ihr jetzt an einem Tag fünfmal die Krake macht, dann kriegt ihr nicht 50 Schiffs-EP-Booster, sondern halt nur die 10. Aber wenn ihr quasi 10 Tage lang hintereinander jeden Tag eine Krake macht, habt ihr euch natürlich in 10 Tagen schon 100 Schiffs-EP-Booster erspielt, was natürlich richtig geil ist. Das war es halt soweit zur Beschaffung. Und dann schauen wir mal kurz, wie das mit den Boostern funktioniert. Wir sind jetzt quasi hier im Hafen. Wir müssen dann quasi zur Bewaffnung und Verbesserung gehen. Dort mit der R1-Taste auf der Playstation, auf der Xbox ist das eine andere Taste, die RB oder so, ich weiß jetzt leider nicht genau. Und dann findet ihr quasi hier auch schon die Booster. Das sind halt fünf Slots. Ihr könnt jetzt nicht zum Beispiel in jeden Slot einen EP-Booster reinmachen, und ganz viel EP bekommen, sondern jeder Booster hat quasi seinen eigenen Slot. Und ja, der erste Slot ist quasi der EP-Booster. Dort gibt es halt auch immer drei verschiedene Booster. Wenn ihr euch das hier so anschaut, also es gibt halt einmal den einfachen Booster, der gibt jetzt zum Beispiel 25%. Und ihr könnt quasi mit der Viereck-Taste, könnte ich jetzt vier einfache Booster in einen seltenen Booster umwandeln. Dieser würde dann 50% mehr bringen. Und dort kann man wiederum quasi drei von den seltenen Boostern kann man dann quasi in einen epischen Booster umwandeln. Das heißt, ihr würdet natürlich insgesamt um quasi einen epischen Booster, der zum Beispiel jetzt 100% EP bringt, würdet ihr halt insgesamt zwölf von den einfachen Boostern benötigen, um quasi einen epischen zu bekommen. Und ich kann euch gerade schon mal sagen, viele von euch fragen sich halt auch so, ja, was lohnt sich jetzt am meisten? Wandele ich jetzt am meisten halt quasi alles nach episch um? Oder spiele ich jetzt nur mit den einfachen oder vielleicht mit den selteneren? Das kommt halt wirklich auf die eigene Spielvariante an. Also ich sag mal, wenn ihr euch natürlich viele Booster quasi selber mit Dublonen kauft und halt wirklich da, sag ich mal, Geld keine Rolle spielt, dann ist es natürlich immer am schlauesten, einfach weil man ja am schnellsten vorankommt, sozusagen die epischen Booster zu fahren. Aber gerade wenn man halt selber so ein bisschen sparsam, wie ich jetzt auch vielleicht unterwegs ist und halt immer versuchen möchte, aus den Sachen, die man quasi hat, also aus den Boostern das Maximum rauszuholen, dort bin ich dann quasi immer am Schauen, ja, was ist jetzt, was lohnt sich jetzt am meisten? Und ich bin dann halt wirklich eher der Typ, der entweder halt den einfachen Booster oder den seltenen Booster fährt, anstatt den epischen, weil, ja, ich sag mal, wenn ich die jetzt alle umwandeln würde, dann würde ich halt nicht mehr so viele haben. Ich habe zwar jetzt 820 Stück, was verdammt viel klingt, aber wenn man dann das Verhältnis 12 zu 1 rechnet, dann haben wir dann noch vielleicht 70, ja, vielleicht 100 epische Booster und nach 100 Games sind die dann halt alle. Von daher bin ich da halt wirklich immer sparsam unterwegs. Ihr habt natürlich den maximalen Ertrag daraus, wenn ihr quasi immer die einfachen Booster fahrt. Aber, also ihr habt, wie gesagt, 12 einfache Booster sind ein epischer. Das heißt, ihr habt halt entweder einmal 25%, äh, 12 mal 25%, ne, auf 12 Gefechte verteilt logischerweise, oder ihr habt halt ein einziges Mal 100%. Na, das heißt, ihr werdet natürlich, ähm, ein bisschen schneller vorankommen, äh, wenn ihr quasi, ähm, die epischen Booster benutzt, weil ihr natürlich einfach jede Runde mehr bekommt auf die Zeit. Das ist halt immer so ein, so ein, äh, Zeit, äh, Kosten, äh, Aspekt, den man da sozusagen sich selber stellen müsste, weil man kann jetzt nicht sagen, nutzt die epischen Booster, die sind am geilsten, nutzt die, ähm, seltenen Booster, äh, nutzt die einfachen Booster, sondern da müsst ihr wirklich so ein bisschen, ähm, gucken, dass es halt nach euren eigenen Budget und nach euren eigenen Ausgaben, wenn ihr quasi euch die Booster alle quasi selber erspielt, kann ich euch nur raten, ähm, wandelt nicht um und nutzt halt immer die einfachen Booster. Und, ähm, ja, das Ganze gilt natürlich auch für, für alle Bereiche hier, sag ich mal. Ähm, die ersten vier Booster sind halt komplett leicht. Dort, ähm, verbessern die sich halt einfach nur über den, äh, ja, über die Prozente sozusagen, weil man diese aufwertet, ähm, bei den Credits halt auch. Und, ähm, bei den Gefechtsboostern, da ist es halt ein bisschen anders. Gefechtsbooster, die kann man halt auch am, am besten erspielen. Ich hab mir niemals welche gekauft und ich hab hier 2300 Stück alle halt erspielt oder durch irgendwelche Missionen oder Feldzüge erspielt. Also, ähm, ich hab mir wirklich niemals irgendwelche Booster gekauft. Das sind jetzt wirklich alles Booster, die ich halt angespart habe durch Feldzüge, Missionen. Und, ähm, das einzige Paket, was ich mir damals mal gekauft hatte, wo Booster mit drin waren, war das Kamikaze-Paket, weil es das Schiff halt nicht einzeln gab. Aber alle anderen Booster, die ich hier habe, das hab ich mehr oder weniger erspielt. Und ich, ich nutze die halt eigentlich schon. Also, ähm, bei mir ist es halt wirklich so, dass die kaum, kaum weniger werden. Ist natürlich eine nice Sache. Und, ähm, bei den Gefechtsboostern ist es halt ein bisschen anders, weil dort, ähm, ist natürlich die Umwandlung genau gleich. Aber, ihr seht schon, mit jedem Reiter sozusagen, kriegt ihr halt eine bessere, äh, äh, also nochmal einen Zusatzbonus, ne? Beim ersten Mal haben wir nur die maximale Geschwindigkeit. Beim zweiten Mal haben wir noch die Ladezeit des Verbrauchsmaterials. Und beim dritten haben wir noch die Reichweite der Hop-Batterie. Ich selber nutze eigentlich auch für die Standard-Battle, äh, nur die, äh, äh, ersten Booster und, äh, spare mir quasi die besseren Booster halt auf, wenn es vielleicht einen Ranked-Mode mal irgendwann geben sollte, oder, äh, Clan-Gefechte oder sowas. Das ist natürlich noch in der Zukunft. Aber ich bin halt immer so ein Spieler, äh, der plant halt für die Zukunft. Ich versuche meine Ressourcen, die ich habe und mir erspielt habe, äh, so schlau wie möglich zu investieren. Äh, und, äh, quasi, das ist halt der Grund, warum ich jetzt quasi hier die Gefechtsbooster halt, ähm, mehr oder weniger nur, ähm, die ersten nutze, weil ich halt einfach, wenn es halt irgendwann mal um was geht, ich sag mal Zufallsgefechte, klar will man natürlich auch gewinnen. Ich bin halt auch schon ein Spieler, der sehr, sehr, gerne gewinnt. Und, ähm, trotzdem würde ich jetzt nicht unbedingt meine ganzen, äh, Gefechtsbooster dafür halt für die Gefechte raushauen, sondern ich spare mir wirklich die, ähm, epischen Gefechtsbooster für irgendwelche spezifischen Spielmodi, wie zum Beispiel halt Ranked Battle, Clan Wars oder sowas, oder Clan Gefechte, wie man, wie es auch heißt. Und, äh, dort würde ich dann sozusagen auch die epischen nutzen, weil man natürlich diese Gefechte viel mehr gewinnen möchte, weil es halt um mehr geht, sag ich mal. Äh, Ranked geht es halt um ein Ranking, Clan Wars geht es halt auch um ein Ranking, von daher für Standard Battle nehme ich die ersten. Aber wenn es dann irgendwie was anderes geben wird, äh, würde ich auf jeden Fall immer die epischen nehmen. Dann komme ich nochmal kurz dazu, oder was heißt kurz, mal schauen, wie lange die Erklärung dafür dauert. Ähm, ich sage euch und zeige euch, wie es halt am schlauesten ist, halt die Booster zu benutzen, in welcher Kombination. Also zu den Gefechtsboostern habe ich es ja schon gesagt, die nutze ich eigentlich in jedem, jeden Gefecht, auf jedem Schiff sozusagen, den ersten. Ähm, und die anderen würde ich halt für irgendwelche Clan Wars oder Ranked Sachen nutzen, die es noch nicht gibt. Das ist halt alles Spekulation, aber ich habe lieber halt, ähm, quasi, Sachen übrig, wenn sowas kommt. Und, ähm, ich plane halt wirklich immer sehr eine Zukunft. Deswegen konnte ich mir halt auch die Alabama zum Beispiel direkt kaufen, weil ich halt auch mit den, äh, globalen Erfahrungs-EP sozusagen, für die Zukunft geplant habe, weil ich wusste natürlich nicht, dass eine Alabama jetzt hier kommt, die man halt für 750.000 freie Erfahrung kaufen kann. Aber ich habe mir das halt einfach gedacht, weil, ich sage mal, ich habe die PC-Version vorher gespielt, ich habe sehr viel Erfahrung, ähm, und weiß halt, was noch ins Spiel reinkommen könnte. Und deswegen, ähm, nehme ich halt auch meine Entscheidung, ähm, ein bisschen, ähm, anhand der PC-Version. Was könnte kommen? Was sollte man sich aufsparen? Ähm, was kann ich vielleicht schon ausgeben? Und deswegen habe ich halt auch die, die freie Erfahrung halt komplett gespart und konnte mir halt einfach ohne einen Cent auszugeben, die Alabama in den Hafen stellen, was ein verdammt geiles Schiff ist. Also, ähm, wenn ihr auf jeden Fall, ähm, auch selber sehr, sehr interessiert seid, eure Ressourcen sehr schlau und effektiv zu nutzen, dann seid ihr auf jeden Fall hier genau richtig bei mir. Und, ähm, zu den Boostern kann ich euch nur sagen, ähm, dort würde ich die Booster jetzt mal ein bisschen in so drei Kategorien unterteilen. Und zwar einmal den, Erfahrungsbooster, den Kapitänsbooster und den globalen Booster. Das ist halt eine Kategorie. Das sind halt quasi die wirtschaftlichen Sachen, die auf EP bezogen sind im Spiel. Dann ist noch Credits halt ne, äh, quasi eine andere, äh, Rubrik. Und dann nochmal die Gefechtsbooster. Gefechtsbooster hatten wir schon. Und ich komme jetzt erstmal zu diesen, äh, normalen EP-Boostern sozusagen. Ähm, Schiffs-EP, Kapitäns-EP und globale EP. Na, hier ist es halt ganz, äh, wichtig, wenn ihr diese Booster nutzt. Viele von euch sagen, okay, ich möchte jetzt mir die Alabama zum Beispiel spielen oder ein anderes Free-XP-Schiff. Ich möchte ganz viel Free-XP bekommen. Ähm, machen halt einige, weil sie es halt nicht besser wissen. Sie packen jetzt hier den dickesten, äh, globale EP-Booster rauf und, äh, gehen jetzt quasi ins Gefecht. Haben jetzt hier den maximalen EP-Booster, was die globale EP angeht, aber haben sich halt gar nicht so auseinandergesetzt. Wie funktioniert das eigentlich? Es ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass wenn ihr quasi diese Booster hier nutzt, äh, dass ihr quasi, ähm, bei Möglichkeit alle drei Booster nutzt. Jetzt müssen natürlich jetzt nicht die Epischen sein. Ihr könnt jetzt auch bei jedem, äh, die Normalen, äh, nehmen zum Beispiel. Je nachdem, äh, wie ihr halt an, äh, Booster, ähm, Ressourcen, was ihr da halt gerade zur Verfügung habt. Aber ich würde euch halt empfehlen, wenn ihr quasi, ähm, diese irgendwas von den Sachen boosten wollt, ist es halt egal, wenn ihr mehr Schiffs-EP kriegen wollt oder mehr, ähm, mehr Kapitäns-EP oder mehr globale EP. Es ist halt immer schlau, diese Sachen zusammenzunehmen. Weil das Ganze, ähm, ich kann euch die Berechnung gleich nochmal mit einem, mit einem Ergebnis-Screenshot, äh, zeigen, ähm, ohne quasi Booster benutzt zu haben. Aber ich kann euch trotzdem sagen, wie das halt gerechnet wird. Und, ähm, ich kann euch, wie gesagt, nur als Tipp sagen, wenn ihr quasi mit Booster fahrt, egal, was ihr jetzt kriegen wollt, ob ihr mehr Erfahrung haben wollt, ob ihr mehr Kapitäns-EP oder mehr globale EP, ihr müsst auf jeden Fall diese drei Booster zusammen kombinieren, um den maximalen Ertrag zu kriegen. Egal, welche Stufe ihr nehmt. Weil es bringt halt nix, wenn ihr quasi keine, speziell halt, ähm, der, der Schiffs-EP-Booster, der ist halt ganz, ganz wichtig. Kapitäns-EP ist halt nur noch ein netter Boni, den man quasi on top nimmt. Aber, äh, wenn ihr quasi globale EP haben wollt, dann dürft ihr auf jeden Fall nicht nur auf globale EP gehen, sondern ihr müsst definitiv halt auch die normale EP boosten. Weil sich die globale EP sozusagen als, äh, als Grundwert, die, ähm, Schiffs-EP nimmt. Und das ist halt auch der Grund. Ich kann euch das gleich noch mal kurz zeigen. Also globale EP, ähm, während ich weiß, wie viel globale EP kriege ich, wenn ich halt keine Booster verwende. Ähm, globale EP, ihr kriegt halt, äh, 5% globale EP von den Erfahrungen, die ihr in einer Runde gemacht habt. Ich, äh, kann jetzt eben noch mal kurz ein, äh, Screenshot einblenden. Sekunde. Hier haben wir jetzt noch mal den Screenshot. Das war ja zum Beispiel eine Atlanta-Runde. Und, äh, dort haben wir, ähm, ja, 782.000 Credits verdient. Also sehr, sehr good Credits. Ich hab in dieser Runde keine Booster verwendet, außer den Credit Booster. Ähm, ich versuche euch aber trotzdem quasi mal zu erklären, äh, wie das Ganze mit den, äh, Erfahrungsboostern hier läuft. Und zwar, ihr seht ja, wir haben halt 9.008, äh, Schiffs-EP bekommen. 9.008 Schiffs-EP, das, äh, ist halt einfach der Indikator. Wie gesagt, das war eine Runde ohne Booster. diese 9.008 setzen sich aus dem Team-Ergebnis zusammen. Äh, dort hatte ich, glaub ich, 4.000, 4.003, äh, Base-EP oder sowas in der Runde mit der Atlanta. Und, ähm, dort hab ich dann quasi noch die 50% bekommen, die ich durch meinen Premium-Account habe. Und nochmal, ihr seht schon, Bonus-EP für den ersten Sieg des Tages mal 1,5. Das heißt, ähm, ich habe halt nochmal das 1,5-fache an Erfahrung bekommen, ähm, und zwar Bonus-EP, weil es ein Tagessieg war von diesem Schiff, was halt auch eine große Rolle spielt. Weil, diese Tagessiege kann man natürlich nur einmal am Tag fahren, aber ihr könnt halt mit verschiedenen Schiffen fahren. Das heißt, wenn ihr wirklich viel globale EP, äh, 5 war, ja, so 5, 6, 7er, das sind so die Stufen, wo man relativ gut, ähm, Erfahrung macht, sag ich mal, wenn man halt eine gute Performance abliefern will. Wenn man natürlich nicht so gut eine Runde spielt oder halt verliert, ähm, dann kriegt man natürlich weniger, weil es halt einfach diesen, äh, ersten Sieg des Tages nicht gibt. Aber ich wollte drauf hinaus, äh, wenn ich zum Beispiel in diesem Screenshot, wie gesagt, ich hab keine EP, keine Kapitäns-Booster und keine globale Booster benutzt. Gar keinen. Ich hab nur Credit-Booster auf dieser Runde drauf gehabt. Und wir haben trotzdem durch diesen, ähm, ja, guten Basis-EP-Wert, durch unseren Premium-Account und durch den First Win sozusagen 9000 EP bekommen. Hätte ich jetzt sozusagen, äh, angenommen, einen epischen Erfahrungs-Booster drauf gehabt, welcher ja 100% bringt, dann hätten wir nochmal von diesen 9000 EP das Hundertfache gehabt. Also, nicht das Hundertfache, sondern das, also 100% mehr. Das heißt, wir hatten, wir hätten nicht 9000 Erfahrungen in dieser Runde gemacht, wir hätten 18.000 Erfahrungen gemacht. Zusätzlich, wenn wir denn noch den epischen Kapitäns-Booster benutzt haben, der Kapitäns-Booster, der epische, bringt, äh, 200%. Und dieser Wert wird dann quasi auch auf euren, ähm, ersten, ähm, EP-Wert gerechnet. Das heißt, wir hätten 18.000, ähm, Erfahrung bekommen, 36.000 Kapitäns-EP und, äh, wenn wir denn quasi noch den, ähm, den epischen, weiterverwendet hätten für die globale EP, dann hätten wir sagen und schreibende 3600 globale Erfahrungen gemacht in einem einzigen Gefecht. Natürlich mit den höchsten Boostern, die wir haben und mit einem maximalen, ähm, Ertrag, sag ich mal, das war wirklich eine verdammt gute Runde. Ihr werdet natürlich nicht immer, äh, irgendwelche Runden mit über 4000 Basiserfahrung, äh, haben, aber, wenn ihr dieses halt wirklich kombiniert quasi diese drei Booster zusammen, plus, ähm, den, ähm, Tagessieg, plus am besten vielleicht sogar noch ein Premium-Schiff, was halt nochmal einen erhöhten Erfahrungsbooster hat, plus euren Premium-Account, dann macht ihr da wirklich richtig, richtig fett, äh, globale Erfahrung. Und, äh, so habe ich halt auch, ähm, mehr oder weniger relativ schnell, äh, die Alabama sozusagen mit den Free XP zusammenbekommen und, ähm, ich kann euch auf jeden Fall nur raten, kombiniert halt die ersten drei Booster und, äh, dann werdet ihr auf jeden Fall, äh, zu sehr, sehr guten, äh, Werten kommen und ganz, ganz wichtig ist halt noch dabei, ähm, dass ihr halt wirklich vielleicht Schiffe nehmt, wo halt der Tagessieg, äh, äh, quasi verfügbar ist. Weil diese 1,5% oder nicht 1,5%, sondern dieses 1,5-fache mehr an EP ist halt auch nochmal verdammt viel, was halt einen großen Unterschied macht. Na, ich kann natürlich jetzt, wenn ich jetzt nochmal eine Runde mit der Atlanta gemacht hätte, am selben Tag als Beispiel, dann, äh, hätte ich halt einfach weniger bekommen, weil wir halt einfach diesen Tagessieg nicht mehr verfügbar hätten. Sondern, ähm, ich nutze das halt wirklich so, wenn ich jetzt wirklich, ähm, viel globale EP fahren möchte, dann, äh, nehme ich mir verschiedene Schiffe, wo überall noch der Tagessieg verfügbar ist und, äh, spiele dann quasi bei jedem Schiff mit einer, am besten guten Runde. Das ist natürlich immer eine, eine Sache, die man erstmal schaffen muss, aber, äh, das ist halt auf jeden Fall so die effektivste Möglichkeit, eure Booster, die EP Booster, die Kapitäns Booster und die globalen Booster einzusetzen. Es bringt halt wirklich nicht viel, äh, wenn ihr quasi hier einfach nur, beim dritten Booster sozusagen hier einen dicken EP Booster rausnehmt, weil, ähm, ihr kriegt zwar dann 400%, aber dadurch, dass halt euer Basis, äh, Schiffs EP Satz relativ gering ist, da sind die 400% von wenig halt trotzdem nicht viel, wenn ihr versteht, was ich meine, sondern ihr müsst halt wirklich, äh, zusehen, wenn ihr quasi, ähm, globale EP boosten wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall alle drei Booster nehmen, weil der, äh, Gewinn dann halt auf jeden Fall am höchsten ist. Es bringt halt nix, die Booster, äh, einzeln zu fahren und ich sag mal, der wichtigste Booster von allen ist halt einfach, ähm, der EP Booster, weil sich anhand eurer EP Booster und euren EP Ertrag sozusagen der Ertrag eurer anderen Ressourcen, die Kapitäns EP und die globale EP, errechnet. Also das ist halt ganz, ganz wichtig, dass ihr dort quasi, ähm, diese drei Booster auf jeden Fall kombiniert, am besten immer die gleiche Stufe, könnt natürlich da auch kombinieren, aber wenn ihr quasi nur einfacher nehmt, dann würde ich halt so fahren und wenn ihr halt, ja, seltener nehmt oder epischer, dann halt alle immer gleich drauf abgestimmt. Na, das ist halt ganz, ganz wichtig, wie gesagt, äh, Gefechtsbooster würde ich halt eigentlich jedes, jede Runde nutzen, drei Prozent mehr Geschwindigkeit nimmt man gerne mit und, ähm, jetzt kommen wir noch zu den Credit Boostern. Dort, ähm, kann ich euch das jetzt auch mal kurz zeigen, äh, wie ich das mache und zwar Credit Boostern, das ist natürlich ein bisschen abhängig davon. Credit Booster lohnt sich halt am meisten auf Schiffen, wo man erstens ne gute Leistung, ne regelmäßige Leistung macht, weil, ähm, ihr müsst natürlich, ähm, gut performen, damit ihr halt ne gute Grund, ähm, ja, Credits bekommt und wenn ihr diese dann nochmal bis zu 40 Prozent boostet, ist das natürlich sehr geil und, äh, dort kann ich halt auf jeden Fall euch auch nur raten, nutzt diese Booster, falls ihr möglich, äh, habt auf Premium-Schiffen der Stufe fünf oder sechs, das sind meiner Meinung nach die besten Stufen, äh, wo ihr, äh, Credits farmen könnt und wenn ihr halt dort Premium-Schiffe habt, die noch ein erhöhtes Credit-Einkommen haben, eine erhöhte Erfahrung, ähm, dort ist es halt einfach richtig geil, ähm, diese Credit Booster zu nutzen, ähm, tendenziell, ähm, nutze ich halt, ähm, ich persönlich, das ist wie gesagt, so ein bisschen ne Sache, ich persönlich nutze quasi für Premium-Stufe der Stufe zwei bis vier, nutze ich, ähm, die einfachen Booster und, äh, für Premium-Stufe, ja, oder Premium-Stufe Stufe fünf, glaube ich, nutze ich auch noch den einfachen und, ähm, den seltenen Booster quasi nutze ich oder epischer halt für, ähm, ja, Stufe sechs, weil auf Stufe sechs ist halt wirklich der Credit, ähm, das Cred-Einkommen am höchsten, dort macht man halt regelmäßig ne halbe Million Credit, zumindest ich, ähm, bei einer akzeptablen Runde und bei einer richtig, richtig guten Runde, da sind das dann halt auch schon mal schnell mit einem epischen Booster über eine Million, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil und dort kann ich euch nur raten, wenn ihr habt, ähm, auf hochstufigen Premium-Schiffen, speziell Stufe fünf und sechs, ähm, ja, es geht theoretisch auf Stufe sieben, äh, da gibt es ja auch ein paar Premium-Schiffe, allerdings ist dort halt, äh, das nicht ganz so effektiv und daher, die Stufe sechs ist halt meiner Meinung nach, die beste Stufe, um Credit zu farmen und natürlich dann auch die beste Stufe, um seine, äh, Booster quasi zu nutzen, die Credit-Booster, und, ähm, die, äh, für die Credit-Booster spielt es halt nicht wirklich eine Rolle, ob ihr viel Schiffs-EP bekommt, sondern dort ist halt viel wichtiger, ob ihr quasi einen guten, äh, Basis-EP-Wert bekommt, den ihr nicht, nicht boosten könnt sozusagen, von daher, ähm, bin ich halt meistens, wenn ich Premium-Schiffe, Stufe sechs fahre, als Beispiel, ist das hier so meine, mein Setup, da brauche ich halt keine Booster, ich könnte natürlich auch gute Booster nehmen, um globale EP zu farmen, noch zusätzlich, aber tendenziell fahre ich meistens auf Premium-Schiffen ohne Booster, aber wenn ihr wirklich globale EP farmen solltet, ähm, kann ich halt euch nur empfehlen, die beste Möglichkeit ist halt wirklich Stufe sechs, Premium-Schiff, First-Win verfügbar, und dann quasi, ähm, um globale EP zu farmen, besten Booster raus, alternativ halt auch wenigstens die ersten, und dann halt auch noch zusätzlich, äh, gute Credits, so macht ihr wirklich richtig gut Credits in einer Runde, richtig gut globale EP, richtig gut Kapitäns-EP, und, ja gut, ihr kriegt natürlich auch richtig gut normale EP, allerdings, ähm, finde ich die normale EP auf Premium-Schiffen halt nicht so wichtig, weil diese kann man ja nur mit Elite-EP umwandeln, ähm, quasi mit Dublonen, und, ähm, ich persönlich werde das nicht machen, ich werde mir da die Dublonen sparen, und werde niemals irgendwelche EP umwandeln, äh, also Elite-EP, sondern ich werde es halt einfach versuchen, schlau und, ähm, ja, gezielt sozusagen zu erspielen. Na, das war ja quasi jetzt hier der Nutzen der Booster, wie ihr das auf jeden Fall richtig schlau machen solltet. Ich hoffe, ihr habt halt soweit alles verstanden, wenn natürlich noch irgendwas offen ist, vielleicht habe ich auch eine Kleinigkeit vergessen, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Tipps, oder, ähm, Fragen, die um irgendwelche Premium-Schiffe gehen, oder um irgendwelche Booster, schreibt es wirklich gerne unten in die Kommentare, dort, ähm, beantworte ich euch auch gerne nochmal alles, was offen geblieben ist, was ihr noch gerne wissen wollt, und, äh, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da, ich würde mich wirklich freuen, ein Abo wäre spitze, schaut auch auf meinen Kanal vorbei, dort findet ihr sehr, sehr viel World of Warships Legends-Content, und, ähm, wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt zu irgendwelchen bestimmten, äh, Formaten, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare, dieses Video habe ich mehr oder weniger auch nur durch Feedback gemacht, ähm, ich selber wollte eigentlich das Video nicht machen, aber, ähm, ich wurde doch sehr oft nachgefragt, und von daher habe ich dieses Video jetzt einfach gemacht, ich hoffe, ähm, ich konnte euch auf jeden Fall jetzt alles zeigen, und eure ganzen Fragen, die erstmal in dem Raum standen, beantworten, und, ähm, so nutzt ihr auf jeden Fall diese Booster wirklich am effektivsten, kommt natürlich drauf an, wie eure eigenen Ressourcen sind, das heißt, wenn ihr natürlich, äh, wirklich viele Dublonen habt, dann, äh, ja, werdet ihr wahrscheinlich immer mit Epischen fahren, wenn ihr, äh, eher weniger dafür ausgeben wollt, dann werdet ihr wahrscheinlich immer nur die Ersten fahren, aber das ist ja auf jeden Fall alles sehr legitim, und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, wir sehen uns denn beim nächsten Mal, haut rein, ciao, ciao,